Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute geht es um Break und Continue. Break kennt ihr schon aus dem Switch Case Statement. Continue kennt ihr noch gar nicht, aber in den Schleifen hier haben die auch so eine eigene Funktion. Ich würde uns empfehlen, gerade mal wieder zur ForIn-Schleife zu wechseln und deswegen sage ich hier einfach mal ForIn-Users. Was machen wir damit? Naja, wir machen wieder mal ein Window.Alert. Und was wollen wir ausgeben? Users an der Stelle i. So, kurz umgeschrieben, was wir hier ausgeben wollen, nämlich einfach die User hier, also unsere lieben vier Sith Lords. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt wollen wir hier mit Break und Continue was machen. Gut, Break kennen wir. Break beendet die Schleife einfach komplett. Fangen wir doch gerade mal an. Wir sagen If. Achtung, das muss man eigentlich fast immer in ein If packen, sonst hätte man die Schleife ja schon vornherein terminieren können. Also, If i, unsere Zählvariable, die von 0 für Darth Revan bis 3 für Darth Sidious läuft. Also, If i gleich 2, dann sagen wir Break. So, und was das macht, ist folgendes. Ähm, wenn i auf 2 kommt, also bei Darth Vader, dann wird gebraked. Das heißt, wir springen hier runter nach unserer Schleife. Das heißt, es wird gar nichts mehr danach ausgegeben. Also, weder Darth Vader noch Darth Sidious wird ausgegeben. So, okay, ähm, was passiert jetzt also? Wir kriegen hier Ausgaben, Darth Revan, Darth Maul und fertig. Gut, jetzt, ähm, was würde passieren, wenn ich das hier, genau derselbe Codeblock, hier runter mache? Pausiert mich kurz, denkt drüber nach, philosophiert ein bisschen und jetzt führe ich es mit euch aus. Achtung, der Codeblock hier, wenn i gleich 2 ist, dann wird gebraked, also hier runtergesprungen. Naja, für i gleich 2 kriegen wir Darth Revan als Ausgabe, Darth Maul als Ausgabe und jetzt kriegen wir auch noch Darth Vader als Ausgabe. Warum? Weil wir zuerst ausgeben, Users an der Stelle i und danach sagen wir, wir sind fertig. Das heißt, im Prinzip geben wir sogar für den aktuellen Schleifendurchlauf noch alles aus und beenden erst danach die Schleife. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und, ähm, jetzt noch kurz zu Continue, was? Continue beendet nicht die komplette Schleife, sondern nur den aktuellen Schleifendurchlauf. Das heißt, wenn ich Continue hier runter packe, was passiert dann? Überlegt es auch mal kurz. Werden wir nachher kurz besprechen. Continue, äh, ich kann nicht tippen. Continue beendet den aktuellen Schleifendurchlauf, aber macht danach weiter. Also mit der normalen Schleife. Und den aktuellen Durchlauf, den überspringen wir einfach. Das heißt, wir kriegen Darth Revan, Darth Maul, Sidious. So, was ist passiert mit Darth Vader? Naja, 0 passiert gar nichts, denn unsere If gibt False zurück. 1 passiert auch nichts, unsere If gibt False zurück. So, und jetzt bei Darth Vader wird Continue ausgeführt. Das heißt, wir springen bei dem Continue, überspringen wir das, was wir sonst noch machen würden in unserer Schleife und fangen wieder hier oben an, wo unser I erstmal um 1 erhöht wird. Sprich, danach darf Sidious dran ist. Also I gleich 3. Und der Alert bringt uns Sidious raus. Jetzt, was würde passieren, wenn ich genau dieses Continue hier runter stecke? Ups, irgendwas hat gerade nicht funktioniert. Ähm, so war das gemeint. Was würde hier passieren? Naja, es würde einfach gar nichts passieren, denn unter dem Continue in unserem aktuellen Schleifendurchlauf steht nichts mehr, was wir noch ausführen könnten. Der Alert steht oben drüber. Das heißt, Continue würde einfach nichts überspringen. Es würde zwar ausgeführt werden, aber es würde nichts überspringen. Das heißt, was wir hier bekommen, ist einfach eine Ausgabe von allen 4 Usern, die wir hier angelegt haben. Okay, das war Break und Continue. Ähm, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr könnt jetzt mit euren Schleifen noch ein bisschen flexibler umgehen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.